Ich habe vor ganz kurzer Zeit die Nachfrage bekommen, ob ich nicht diesen Sommer mal frische Coulons vorstellen kann, die perfekt für hohe Temperaturen geeignet sind. Und das möchte ich im heutigen Video tun, damit aber erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ich habe jetzt wirklich schon ein paar Sommerkategorien für dieses Jahr abgedeckt. Intensive Beast Mode Düfte, frischere Düfte, Designer, Nische in allen Preissegmenten. Aber eins fehlt so ein bisschen, nämlich die frischen, leichten Coulons. Und ich bin persönlich auch ein großer Liebhaber, genau dieser Kategorie, viele von euch wissen, dass ich diese leichten, frischen, zidrischen Düfte einfach total liebe. Und mir geht es ganz oft auch so, dass ich einfach so eine Art Tagesduft habe und auch einen Abendduft habe. Und gerade in der Kategorie Tagesduft ist es halt meist so, dass eben da eher frischere Düfte irgendwie mein Ding sind. Aber wenn ich am Abend nach Hause komme, möchte ich gegebenenfalls noch was anderes tragen. Und dann ist eben, wenn man so ein Ombrenomat drauf hat, den riecht man den ganzen Tag, da kann man am Abend nicht mehr so viel draufsprühen. Um das Ganze so ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich jetzt mit dem zehnten Duft anfangen. Das ist nämlich der Cologne Citra von Mathieu Premier. Und auch ein Duft, den ich, ich glaube, noch nie vorgestellt habe. Ich habe hier zu Hause so ein Mathieu Premier Duft-Proben-Set. Und mir ist da ganz besonders der Cologne Citra aufgefallen, da er eben diese schöne, natürliche Citrus-Kopfnote kombiniert mit so einem würzigen, grünen Basisding. Und es ist spannenderweise nicht der nächste Holz-Citrus-Duft. Da bin ich jetzt auch nicht dagegen, aber es ist halt nicht langweilig. Und er hat eben so eine gewisse konservative Würze mit drin, wirkt aber trotzdem modern und sehr spritzig, sehr natürlich in der Kopfnote. Mag ich total, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für die Fans von Torn Coulons ist das so ganz kurz vor Endlevel. Der nächste Duft ist, glaube ich, eher für die Einsteiger das Richtige. Das ist nämlich der Jake von Hollister. Und falls du einen kurzlebigen, frischen Citrus-Duft suchst, ist das sicherlich kein schlechter Blick. Denn auf der einen Seite ist es eben ein Duft, der sehr jugendlich wirkt und der auch perfekt zum Haus Hollister und auch der Zielgruppe passt. Und Hollister ist ja auch eher bekannt für Mode für junge Erwachsene, beziehungsweise auch eher Jugendliche. Und gar nicht so bekannt für Düfte. Ich muss sagen, ich finde die Düfte von denen eigentlich gar nicht schlecht. Sind preislich in Ordnung, qualitativ in Ordnung, sind alle eher kurzlebig, frisch, jugendlich. Gar kein Thema, steht drauf, ist auch drin. Der heutige 8. Platz des Videos ist ein Duft aus einem ganz anderen Preisspektrum. Das ist nämlich der Roger Parfums Elysium Eau Intense. Und der Eau Intense ist ja persönlich mein Lieblings Elysium. Ich finde das Originale cool gemacht, das zündet bei mir aber nicht so wirklich. Und gerade die Eau Intense Version, das ist halt ein Duft, der zündet bei mir unfassbar. Kreidig, trocken, trotzdem eben dieses Zitrig, Grapefruitige. Und auch sehr natürliche, schöne, was eben der Elysium ja auch schon mit drin hat in der Kopfnote. Er ist kurzlebig, er ist jetzt überhaupt nicht intensiver als das Originale. Eher schon ein bisschen weniger intensiv, aber etwa so auf dem selben Level. Und für mich eines der schönsten Coulons, die du finden kannst. Und auch gerade für den einzigartigen Duftcharakter, den ich so noch nirgends anders gesehen habe. Weder günstig noch noch teurer. Und auf jeden Fall in der Kategorie frische Coulons für hohe Temperaturen. Eine richtige Platzierung. Bei dem nächsten Duft steckt die gute Laune eigentlich schon im Namen. Das ist nämlich der Happy For Men von Clinique. Und wie ich schon gerade gesagt habe, Happy ist hier wirklich das richtige Wort. Du sprühst ihn auf und hast direkt so ein Sommerfeeling. Es ist eben wirklich eine schöne, orangige Kopfnote. Ein bisschen was Herbes mit drin. Auch so ein bisschen, ich habe das mal damals irgendwie verglichen, so mit Ästen. Und mit auch ein bisschen diesem Grünzeug, was man an so einem Strauch irgendwie dran hat. Auch so ein bisschen mit reingeworfen. Sehr kurzlebig, sehr frisch. Gerade für Temperaturen. Und ich sage, so ab 30 Grad geht es irgendwie los mit dem Duft. Dann kann ich ihn erst tragen. Aber dann ist er wirklich perfekt. Und dafür kann ich ihn auch wirklich empfehlen. Ist für mich so ein Urlaubsduft. Kostet nicht viel Geld. Bekommst du in jedem Urlaubsland. Kannst du den mitnehmen. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres für einen Duft. Man nennt es ja auch Sand Memory. Mit Gefühlen, Emotionen, Personen, Orten, einzigartigen Momenten verbindest. Und der Klinik Happy hat vielleicht das Potenzial da bei dir. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Gerade auch preislich ist das natürlich eine absolute Granate. Der nächste, das ist ein Duft aus dem Hause MFK. Petit Matin. Beim Namen ist in meinen Augen auch ein wunderschöner Duft. So ein bisschen der Gegenspieler zum Grand Soir. Grand Soir ist ja eher so ein Abend-Ausgeh-Duft. Sehr opulent, intensiv. Petit Matin, genau das Gegenteil. Frisch, leicht, sommerlich. Und gerade auch hier sommerliche hohe Temperaturen. Da funktioniert er wirklich am besten. Und gerade Petit Matin, über ihn wird selten gesprochen. Weil so im Alltag performt er halt... Also es ist ein Duft, der hält den ganzen Tag schon irgendwie durch. Aber er hat eben nicht so diese opulente, krasse, frische, zitrische DNA. Und das ist eben einer der wenigen Citrus-Düfte, die eben nicht diese krass explosive Grapefruit haben. Wie ja viele mittlerweile. Perseus, erwähne ich da ganz gerne immer mehr. Oder Tura Tiplu. Er ist nicht so krass in der Kopfnote wie die. Hat aber trotzdem eine sehr gute Haltbarkeit. Francis Curtis hat hier auf jeden Fall wieder gezaubert. Und was gemacht, was eigentlich niemand schafft. Nämlich einen langanhaltenden, frischen Citrus-Duft. Kann man hier auf jeden Fall nur so bestätigen. Der nächste Duft kommt aus dem Hause Creed. Der nächste Nischenduft, ihr merkt schon, das ist nämlich der Neroli Sauvage. Und ich habe natürlich ein paar teurere Nischendüfte mit hier drin im Video. Was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass eben viele Colognes, das ist so ein bisschen meine Erfahrung mittlerweile, extrem teuer sind. Es gibt so diese 4711-Düfte, die extrem günstig sind. Die du überall irgendwie für Sportpreise bekommen kannst. Dazwischen gibt es eigentlich relativ wenig so ein Designer-Segment. Und dann in der Nische geht es halt wirklich erst wieder los. Deswegen verzeiht mir so ein bisschen auch die heutige Zusammenstellung. Aber ich muss wirklich sagen, Neroli Sauvage ist halt einer der schönsten Neroli-Düfte, die du finden kannst. Er ist eigentlich genau das, was draufsteht. Frisch am Proxanic. Auf der anderen Seite eben, er hat eine schöne Neroli-Citrus-Kopfnote. Wirkt zum Glück nicht klosteinig. Das ist ja mal so ein bisschen das, was bei Neroli schiefgehen kann. Und hier einfach wunderschön umgesetzt, kann ich wirklich sagen, ja, ist sicherlich beim Thema Preis-Leistung nicht die beste Empfehlung. Und ist auch sicherlich irgendwie nicht der beste Creed-Duft, den man empfehlen kann. Ist mir vollkommen klar. Gar kein Thema. Aber ich muss wirklich sagen, die Haltbarkeit ist gut. Die Duft-Därna ist sehr clean. Er macht genau das, was draufsteht. Und er verhält sich auch so ein ganz klein bisschen wie der Petit-Mata von MFK. Auch eine ganz gute Haltbarkeit. Eher zurückhaltend, dezent. Und trotzdem eben ein gutes Package. In meinen Augen kann ich wirklich sagen, der gefällt mir auch sehr gut. Weitermachen möchte ich jetzt mit einem Designer-Duft. Endlich mal einer. Das ist nämlich der Bulgari Wood Neroli. Und das ist einer meiner Lieblingsdüfte von Bulgari. Und es ist ja auch wirklich kein Geheimnis, dass ich ein riesiger Fan von diesen Bulgari-Düften bin. Sowohl Terra Essence, Man in Black liebe ich. Das sind ja eher Herbst-Winter-Düfte. Der Wood Neroli ist ein wunderschöner Sommerduft. So ein bisschen der Duft meines Vergangenen oder sogar des vorletzten Jahres. Jedenfalls der letzten Jahre immer wieder getragen, immer wieder empfohlen. Ich glaube, das kann man diesen ganzen Bulgari-Düften nachsagen. Das teilen die alle. Die DNAs sind nicht langweilig. Wood Neroli ist nicht langweilig. Man in Black ist nicht langweilig. Auch gerade sowas wie Terra Essence mit diesem trockenen, trotzdem diesem fruchtigen in der Kopfnote. So, ich sag mal, Terra Dames irgendwie mal 10. Das ist halt schon ziemlich krass gemacht. Ziemlich innovativ. Und der Wood Neroli ist da wirklich in der Designer-Kategorie ganz vorne mit dabei. Ein Duft, den ich jetzt vor kurzer Zeit erst reinbekommen habe. Das ist der John Malone Cypress & Crapevine. Und der Duft wurde mir kostenfrei bereitgestellt. Möchte ich direkt hier am Anfang erwähnen. Das Spannende hieran finde ich, wenn man sich das so ein bisschen auf Parfumo anschaut. Hier wird davon gesprochen, dass er würzig, grün, frisch ist. Und das würde ja eigentlich gar nicht ins Video reinpassen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn eher als zidrig, frisch, aquatisch irgendwie. Und das würzige, tief ist eher so ein bisschen nachgestellt. Denn wir haben hier eine Kopfnote, die extrem erfrischend ist. Er ist total colonig eigentlich. Und die Haltbarkeit ist jetzt auch eher auf der kürzeren Seite. Ist ja auch offiziell in Eau de Cologne. Aber das ist ja gerade das, was diesen Duft so charmant macht. Dass er eben nicht so eine krasse Haltbarkeit hat. Und eben nicht ganz so würzig und tief ist. Und das Spannende an diesem Duft ist eben, dass er auf der einen Seite so einen Amproxan frischen Touch hat. Auf der anderen Seite aber auch sehr mosig, tief wirkt. Und das ist für mich irgendwie so ein Crossover zwischen Creed Erolfa und auf der anderen Seite Dior Sauvage. Und das so ein bisschen zusammengemixt, ein bisschen frischer, ein bisschen fruchtiger irgendwo. Um dir vielleicht auch so einen leichten Einblick zu geben, wie das ganze Ding riecht. Abseits davon finde ich die Marke Jo Malone aber auch eigentlich ziemlich spannend. Bisher waren sie so ein bisschen unterm Radar, bis sie mich angefragt haben. Und ich habe hier schon seit einiger Zeit eine Probe rumliegen von dem Englishpia Anne Frigia. Und fand ich auch eigentlich ganz nett gemacht. Da wäre es auch mal ziemlich spannend zu hören, ob ihr schon Erfahrungen mit der Marke habt. Ob ihr da schon Düfte von denen habt. Und dementsprechend auch welche ihr mir empfehlen könnt. Welche da besonders herausstechen. Und welche ich mir dann dementsprechend bald zulegen könnte. Weitermachen möchte ich mit einem Duft aus dem Haus Aqua Di Parma. Das ist nämlich der Arancia Di Capri. Und vor einiger Zeit habe ich ja schon mal in einem Livestream die halbe Kollektion von denen vorgestellt und ausgepackt. Und fand da einige ziemlich spannend. Darunter auch der Arancia Di Capri. Der auf jeden Fall auch ein frischer, zietriger, sommerlicher Cologne Duft ist. Mit aber, und das ist gerade so ein bisschen der Twist, einem wunderschönen, orangigen Bauch mit drin. Und das ist einfach ein so erfrischender Sommerduft. Auch so ein bisschen Clinique Happy Dimensionen irgendwo. Also du riechst es einfach und denkst dir so. Ja, das ist jetzt irgendwie perfekt für das Wetter. Jetzt kann ich rausgehen. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf die hohen Temperaturen. Sonnenbrille an und let's go. Und ich finde es eben schön, wenn Düfte das so schaffen. Diese Emotionen erinnern mich eben schon so ein bisschen an die Clinique Happy. Jetzt nicht, dass er wirklich so eins zu eins so riecht. Aber so von der Machart irgendwie und von der Idee, die dahinter steht, ist es da schon ziemlich treffend. Und einfach natürlich in einem anderen Qualitätsniveau. Man muss nicht drüber sprechen. Aqua Di Parma macht einfach welche der schönsten Colognes. Deswegen heute natürlich auf Platz 2 mit dabei. Ich muss einfach sagen, ich liebe den. Ich liebe die ganze Kollektion. Ich liebe die Düfte, die ich mir gekauft habe. Und werde sie diesen Sommer nicht nur einmal tragen. Ja, ganz vorne heute im Video frische Colognes. Das ist nämlich der Eau d'Orochever von Hermès. Und ich kann wirklich immer nur sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich an dem Punkt vielleicht. Ich liebe Eau d'Orochever wirklich so, so, so sehr. Ich habe diesen Duft damals mal irgendwann getestet. Das war irgendwie als so eine Beigabe irgendwo auch im Zug. Dachte mir so, what the fuck ist das denn für ein geiler Duft? Und ich liebe das einfach, dieses wirklich herbal, grüne, tiefe und genau das, was da am Ende drinsteht. Nämlich d'orange, also orange und wäre, also grün. Es ist eine grüne Orange. Es ist wirklich einfach so natürlich umgesetzt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es gibt da eine ganze Kollektion von, auch eine Intense-Version. Es gibt da Duschgills von. Es gibt da was weiß ich was von. Und ich kann dir wirklich einfach nur mal empfehlen. Ich habe das vor kurzem auch schon mal im Douglas gesehen. Falls du bei dir vor Ort einen Douglas hast, geh da mal rein. Geh mal eben zu dieser Cologne-Reihe von Hermes und nimm dir einfach mal so einen Duft. Ob jetzt der, da gibt es so einen Rhabarber-Duft und da gibt es auch irgendwie mit Pampelmuse und mit was weiß ich was. Nimm dir mal so einen Duft, sprüh die auf. Und du wirst wirklich merken, dass diese ganzen Düfte ordentlich was hinter den Ohren haben. Das kann ich auch auf jeden Fall nur für eau d'orange schwer sagen. Und ich möchte mich da auch gar nicht verstellen. Das ist einfach mein Lieblings-Cologne. Im Sommer wird das Ding nicht nur einmal ausgepackt, sondern sehr oft tatsächlich. Man kann es sehr gut mitnehmen. Das Ding ist total stabil und ist einfach schön gemacht. Also all in all, ich kann sagen, Hermes, diese Cologne-Reihe, teste dich da auf jeden Fall mal durch. Gebt wirklich da einige Schätze von. Ja, schreib mal gerne in die Kommentare, was so deine Lieblings-Colones für den Sommer sind. Die letzten Jahre, vielleicht auch dieses Jahr, was da so deine Auswahl ist. Und natürlich auch, ob du solche eher zarteren, frischeren Düfte überhaupt magst. Oder ob du dann eher auf intensivere Beastmord-Düfte setzt. Ich persönlich mag hier eher die leichteren Düfte, aber das ist wie immer Geschmackssache. Danke dir soweit fürs Zuschauen. Danke an das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.